So, liebe Abgeordnete, dies ist jetzt ein Beweisvideo, ich kaufe jetzt bei diesem Typen da vorne, der da so rumhüpft, kaufe ich für 25k einen Spawner. Und, ähm, mache es sich jetzt aber mal dieses Beweisvideo, falls der scammt, dass ich dann notfalls halt mein Geld wieder habe oder so, weil ich habe jetzt halt lange drauf gespart. Ja, jetzt kommt das mal drauf an, ob der scammt, schreibe jetzt zwar trotzdem mal ja, ne, dass der auch mal wirklich den verkauft, das wird ja gar nicht hochgeladen an sich. So, wir machen das mal in sie. Also, er hat was in der Hand, schauen wir mal, ob das so ein Spawner ist, wie das sagt, dass er das ist. Big Spawner. Ich dachte, ich würde mit Pigman, ich würde mit Pigman haben, mit Vorschweine-Zombie. Ich denke, ich würde mit Pigman haben, mit Pigman, ich würde mitанеisch Employment, machen wir mit Pigmanなんです, was ich sage das, wie das alte Bescontrolled ist, wie das Problem aber der Ges stet Ó, waren wir mit counten. Aber, das ist, wenn ich mich nicht so schwierig, dann würde mit dem anderen Sachen stimmen können, wir pogolen mal maybetern auf einmal else doch nicht mehr verursachen, manger oder nicht machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Okay, dann gibt es jetzt ein Report Video ganz einfach.